Jo Leute, was geht ab? Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Redstone Schnell Erklärt. Heute zeige ich euch diese 3x3 Pistentür, die man relativ einfach bauen kann. Sie ist sehr schmal, passt also fast überall hin und außerdem sind die Blöcke, die man hierfür braucht, jetzt auch nicht so mega teuer. Ihr könnt hier einmal eingeblendet sehen, welche Blöcke wir hier alle brauchen, wobei die Baublöcke, also der Smoothstone und auch die Eisenblöcke eigentlich frei wählbar sind. Ihr könnt halt auch was anderes benutzen, wenn ihr zum Beispiel eine Holztür bauen möchtet, könnt ihr auch Holz dafür nehmen, aber die anderen Blöcke solltet ihr dann schon hierfür verwenden. Jetzt zeige ich euch, wie man diese Pistentür baut und wir fangen in der linken unteren Ecke der Pistentür an, das bedeutet mit dem Redstone Block und neben dem Redstone Block kommt dann ein ganz normaler Block mit einem Redstone oben drauf. Daneben kommt dann ein Hopper, ganz egal wie ihr den place, also ganz egal wo das Rohr hingeht, könnt ihr irgendwie placen und dann kommen auf diese Seite nochmal zwei Observer, die den quasi mit ihrem Gesicht anschauen und der rote Punkt geht dann hier nach rechts weg. Sollte bei euch so aussehen. Als nächstes placen wir dann auch auf den Trichter oben drauf nochmal einen, der auch wieder mit dem Gesicht auf den Trichter zeigt bzw. der rote Punkt nach oben und der rote Punkt zeigt dann in einen Obsidian Block. Daneben placen wir dann irgendeinen Block mit wieder Obsidian oben drauf und der Block kann dann auch wieder weg, den wir gerade geplaced haben und dann gehen wir hier auf diese Seite und placen zwei ganz normale Baublöcke mit einem weiteren hier rechts oben drauf. Was wir dann hier machen, ist einmal zwei Sticky Pisten übereinander placen und dann hier vorne einmal einen Repeater, den wir dann auch direkt auf die letzte Stufe stellen und was wir dann machen, ist hier einmal Redstone und hier einmal Redstone und dann hier oben drüber nochmal komplett Observer, die jeweils mit den roten Punkten dennoch nach oben schauen und dann quasi das Redstone hier angucken. Danach kommt dann hier vorne nochmal ein Sticky Pisten hin, der in diese Richtung zeigt und das hier ist jetzt quasi die untere Kante von unserer Pistentür, das bedeutet auf dieser Ebene hier wäre dann quasi euer Fußboden und dann würde sie offen halt so aussehen. Das nächste, was wir dann machen, ist hier vorne nochmal weitere drei Sticky Pisten hin placen und da können wir jetzt eigentlich auch hier direkt einmal diesen Umrandung von eurer Pistentür machen, also so würde die Pistentür aussehen, würde sie jetzt offen sein. Was wir dann auch noch machen, ist in die Ecken jeweils nochmal Obsidian placen, das sorgt einfach dafür, dass die Farm, äh die Farm sag ich schon, die Tür hier nicht kaputt geht. Was wir dann hier oben nochmal machen, ist zwei weitere Baublöcke mit Redstone oben drauf und dann kommt hier einmal ein Observer hin, der quasi hier auf diesen mittleren Block guckt, das bedeutet da soll sein Gesicht hin und der Redstone Part oder die kleine Redstone Lampe, die rote, geht dann in diese Richtung und dasselbe machen wir hier auch nochmal, das bedeutet auch hier schaut wieder das Gesicht hier auf diese mittleren Blöcke, dann kommt hier nochmal ein Block hin und hier, wobei auf den unteren dann nochmal Redstone drauf kommt und dann kommen hier nochmal zwei Sticky Pisten, die dann quasi diese beiden Blöcke hier steuern, beziehungsweise da unter dann auch nochmal ein Observer, der eben die Veränderung von den Pistens erkennt und dann da unter nochmal ein Sticky Pisten, der dann diesen Redstone hier hochzieht und dadurch würde dann eben dieses Redstone hier aktiviert werden und dann ja auch der ganze Rest im Prinzip. Was wir dann noch machen müssen, ist hier vorne einmal die beiden letzten Sticky Pistens hin placen und jetzt wird das wahrscheinlich hier ein bisschen verschoben sein, am besten baut ihr das dann nochmal ab und pläst die alle nochmal neu, dass es jetzt quasi offen ist und alles was ihr jetzt noch tun müsst, ist es im Prinzip hier oben das Ganze zu powern, das bedeutet wenn dieser Block hier jetzt gepowert wäre, dann würde die Tür aufgehen, beziehungsweise wäre das gepowerte Werk, würde es zugehen, ihr könnt dafür jetzt einfach zum Beispiel einen Schalter benutzen oder ihr verbindet das halt sonst wie ihr möchtet und würde man den Schalter jetzt aktivieren, seht ihr geht die Tür zu und würde der Schalter nicht aktiviert sein, geht die Tür ganz normal wieder auf. Ich hoffe das Tutorial hat euch weitergeholfen und ich hoffe ihr könnt das auch cool in eurer Welt einbauen, wenn ihr bis hin geschaut habt, schreibt mal Hashtag 3x3 in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei einem weiteren Video, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.